Juli ist ein Schachspiel. Die Partie Schach, vor der die beiden Männer saßen, dauerte inzwischen etwa zwei Stunden. Der letzte Qualm ihrer heruntergebrannten Zigarren hing noch immer in der Luft und reflektierte wie ein Zeugnis eines behaglichen und eleganten Abends den Mattenschein des knisternden Kaminfeuers. Das Zimmer, in dem sie sich befanden, zeugte von Geschmack und Bildung seines Besitzers. Meterlange gefüllte Bücherregale schmiegten sich an scharlachrote Wände und umarmten zwei alte, wuchtige Ledersessel und einen dezenten Rundtisch aus Eibenholz. Auf diesem stand das Brett, Schauplatz einer edlen Fede unter Gentleman, die bis hierhin hartnäckig und dennoch in bedachtsamer, angemessener Ruhe ausgetragen worden war. Nun standen nur noch wenige Figuren, und selbst ein Laie hätte erkannt, daß das Ende des Spiels kurz bevorstand. Einer der Männer, der ältere von beiden, lehnte sich in seinem Sessel zurück, faltete die Hände, und ein zufriedenes Lächeln umspielte seine Lippen. Wie Sie sehen, behalte ich recht, lachte er mit einer dunklen Stimme und nahm einen tiefen Schluck aus seinem Whiskyglas. Sein Gegenüber antwortete nicht, sondern blickte starr mit einer zunehmenden Blässe im Gesicht auf die Konstellation der Spielfiguren vor sich. »Jede Partie wurde schon einmal gespielt«, sagte der Alte endlich, und betrachtete dabei eindringlich seinen Kontrahenten. »Es gibt kein Neues, kein noch nie gewesenes. Aus diesem Grund liebe ich Schach. Die Menschen zermartern sich ihr Hirn, und schließlich kommt nur etwas Altes, Verstaubtes dabei heraus. So sehr man sich auch bemüht, am Ende, ganz zum Schluss, gibt es immer nur Gewinner und Verlierer. »Sagen Sie jetzt nichts«, fuhr er nach einer kurzen Pause fort und setzte sich dabei aufrecht hin. »Ich weiß, Sie denken gerade an ein Remis, doch auch hierbei, mein Lieber, bleibt es immer nur das eine Prinzip. Gewinner und Verlierer, auch wenn in einem solchen Fall beide Spieler verlieren, so siegt doch die Enttäuschung, die Ungewissheit, wer von beiden wirklich der Bessere sei.« Mit diesen Worten öffnete der Ältere ein kleines Zigarrenkästchen und bot es dem Jüngeren an. Dieser schüttelte jedoch nur den Kopf, ohne etwas zu sagen, ohne den Blick vom Spielbrett zu lösen. Kleine Schweißtropfen glänzten auf seiner Stirn. Nachdem der Alte sich selbst eine Zigarre entzündet und sich erneut zurückgelehnt hatte, sprach er immer noch sanft lächelnd weiter. »Nun, gewiß, nicht immer gewinnt der Bessere, und oft schon hat Glück den Verstand besiegt, doch wer weiß, ob nicht auch das Glück nur ein Kind des Verstandes ist. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, heißt es nicht so?« Der Alte fragte, doch er schien keine Antwort zu erwarten, und bekam sie auch nicht. Manche behaupten, dass das Leben wie ein Schachspiel sei. Tag für Tag, Zug um Zug versucht man, seine Gegner einzuschätzen, sie zu durchschauen und zu überlisten. Tag für Tag, Zug um Zug. Und ein falscher Gedanke, nur ein einziger unüberlegter Schritt, kann alles zunichte machen. Er schüttelte nachdenklich den Kopf und blies den Rauch seiner Zigarre an die Decke. Ich selbst halte nicht viel von diesem Bild, denn ein Spiel bleibt ein Spiel, und das Leben bleibt das Leben. Was meinen Sie? Erst jetzt begann sich sein Gegenüber wieder zu regen. Sein Blick hob sich, und es lag etwas Sehnsüchtiges, Hoffnungsvolles darin. »Wollen Sie damit sagen, unsere Vereinbarung?« begann der Jüngere mit fast ununterdrückbarer Freude und Erleichterung in der Stimme zu fragen. Doch der Alte unterbrach ihn sofort mit lautstarkem Gelächter, wobei sich sein Gesicht zu einer grotesken Maske verzog. »Nein, nein, nein, mein Lieber! Unsere Vereinbarung bleibt selbstverständlich unberührt. Verzeihen Sie mir bitte, ich bin ein alter Narr, der zu oft zu viel redet.« Das Gesicht des Jüngeren verdüsterte sich wieder, und sein Blick sank zurück auf die Figuren. »Wollen Sie nicht endlich ziehen? Sie sind an der Reihe,« forderte der Alte den Jungen entgegen aller guten Sitten auf und sog noch einmal genüsslich an seiner Zigarre. »Spielt es denn eine Rolle? Es ist sowieso schon alles entschieden,« antwortete dieser leise und kalte Verzweiflung, er drückte seine Stimme. »Ha, ha!« Der Ältere lachte triumphierend und klatschte dabei in die Hände. »Ich wußte gleich, dass Sie ein intelligenter junger Mann sind. Sie haben es verstanden, mein irrsinniges Geschwätz auf den Punkt zusammenzufassen. Spielt es denn eine Rolle? Es ist sowieso schon alles entschieden. Wunderbar, mein Lieber, einfach wunderbar!« Die große Standuhr in der Ecke schlug zur elften Stunde, und der Alte fuhr fort. Alles Heitere war plötzlich aus seiner Stimme gewichen, er klang nun kalt und streng. »Es ist Zeit, und jetzt ziehen Sie.« Der Junge legte die zitternde Hand an einen seiner schwarzen Türme. Doch bevor er zog, fragte er noch heiser, »Muss es wirklich eine solch harte Strafe sein? Können wir unsere Vereinbarung, unsere dumme kleine Auseinandersetzung nicht einfach vergessen und als Freunde auseinandergehen?« Tränen erfüllten seinen Blick, und die Flammen des Kaminfeuers spiegelten sich darin wieder. »Ich bitte Sie. Ich bitte Sie inständig!« Der Alte schüttelte nur den Kopf. Es war deutlich, dass er zu keiner Diskussion mehr bereit war. »Ziehen Sie endlich!« Der Junge schloss die Augen und presste die Lippen aufeinander. Und so, als hätte er diesen Zug schon tausendfach in Gedanken durchgespielt, zog er den Turm blind über das Brett an die vorbestimmte Stelle. Dann hob er den Kopf, öffnete die Augen wieder und flüsterte. »Schachmatt!« Der Alte nickte, lächelte zufrieden, löschte seine Zigarre und trank den letzten Rest seines Whiskys aus. »Wie ich bereits bemerkte, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Heute sind Sie der Gewinner!« Mit diesen Worten stand er auf und zog ein Revolver aus der Tasche. Dann blickte er den Jungen, der inzwischen totenbleich und still dasaß, an, hielt sich den Revolver an die Schläfe, und kurz bevor er abdrückte, fragte er noch, »Oder etwa nicht?« »Oder etwa nicht?«